Im letzten Clip haben wir ja darüber gesprochen, wie wir vom Quelltext zum Korpus kommen und wir haben auch gesehen, dass die Dateiformate von Corpora sehr unterschiedlich aussehen können. Das kann die Arbeit mit Corpora natürlich recht frisslich machen, weil man an diese Informationen natürlich auch irgendwie rankommen möchte. Schauen wir uns jetzt also zur Illustration die gängigen Abfragestrategien an. Vorab müssen wir noch eine kleine Unterscheidung machen, die eigentlich recht simpel ist, die aber erstaunlicherweise in korpuslinguistischen Arbeiten nicht immer konsequent gemacht wird. Und das ist die Unterscheidung zwischen Daten und Abfragesystem. Wir haben auf der einen Seite Sprachdaten und das sind in unserem Fall Corpora, wie etwa das BNC oder das Brown Corpus oder die Eiscorpora mit Varitäten des Englischen oder das deutsche Referenzkorpus, das DERICO. Um an tatsächliche sprachliche Phänomene ranzukommen, die ich untersuchen möchte, brauche ich auch ein geeignetes Abfragesystem. Und diese Abfragesysteme fallen grob in vier Bereiche. Es gibt da zunächst einfache, aber sehr nützliche Konkordanzer wie Nconc oder Textat, die nicht für ein bestimmtes Korpus oder eine Annotationsstruktur entwickelt wurden. Deshalb eignen sie sich besonders gut für spontane Abfragen in kleineren Corpora, die vor allem in einfachen Textdateien gespeichert sind und die in der Regel wenige Annotationen haben. Dafür lädt man die Korpusdateien in das Programm rein, formuliert eine Abfrage und bekommt dann hier das Ergebnis angezeigt. Nconc und Textat sind übrigens frei erhältlich und eigentlich können sie mit ihren eigenen Textdateien auch direkt loslegen. Die zweite Gruppe sind Programme, die an der Oberfläche meistens ganz ähnlich aussehen wie diese einfachen Konkordanzer, die aber von ihrer internen Architektur viel komplexere Dateien und Annotationsstrukturen durchsuchen können. Deshalb werden diese Programme meistens speziell für ein bestimmtes Korpus entwickelt, wie zum Beispiel hier Xyra, das diese komplexe XML-Datei aus dem BNC durchsuchen kann. Ein anderes Beispiel wäre Korpussearch, das sehr komplex syntaktisch annotierte Daten interpretieren kann, wofür wir hier wenigstens ein Korpus-Textbeispiel sehen. Die dritte Gruppe ist in der Mächtigkeit der zweiten Gruppe ganz ähnlich, denn damit können auch sehr große Corpora mit sehr komplexen Datenstrukturen durchsucht werden. In diesen Fällen liegen die Daten aber gar nicht mehr wirklich in Text- oder XML-Dateien vor, sondern in Datenbanken und meistens befinden diese Systeme sich auch auf leistungsfähigen Servern. Die Beispiele dafür, die Sie vielleicht kennen, sind Cosmos, CKP-Web oder BNC-Web. Bei diesen Systemen loggen Sie sich dann auf den Server ein, über den Browser und können dann von dort die Korpus-Abfrage starten. Die vierte Möglichkeit ist, eine Programmiersprache zu lernen, so wie R, Perl oder Python. Dann kann man sich einfach die eigenen Skripte schreiben und die gewünschte Information aus dem Korpus herausfiltern. Das ist dann aber natürlich definitiv am besonders geekigen Ende der Korpus-Linguistik. So, wo tun wir CQP hin? CQP ist ein Abfragesystem und fällt am ehesten in die Gruppe der Datenbanksysteme wie Cosmos oder CQP-Web, nur dass wir in der FU ohne Browser arbeiten. Viele Corpora sind ja so komplex und so individuell annotiert, dass sie oft mit ihrem eigenen Abfragesystem geliefert werden oder geliefert werden müssen. Das führt dazu, dass viele Corpora sehr stark mit einem System assoziiert sind. Das wiederum erklärt, weshalb die Unterscheidung zwischen Korpus-Daten auf der einen und dem Abfragesystem auf der anderen Seite nicht von allen konsequent gemacht wird. Das deutsche Referenzkorpus zum Beispiel ist nur über Cosmos zugänglich und auf Daten im BNC greifen heute viele Leute über BNC-Web zu. Es ist aber nicht korrekt zu sagen, dass sie Daten aus BNC-Web oder Cosmos nutzen. Sie untersuchen Daten nach wie vor aus dem BNC oder dem DERICO. Sie verwenden nur die Abfragesysteme BNC-Web und Cosmos. Das heißt, welche Abfragesprache man verwendet, das sollte man auch immer dazu sagen, damit ihre Vorgehensweise nachvollziehbar und reproduzierbar ist. Aber es ist eben grundsätzlich wichtig, den Unterschied zwischen Daten und System zu machen. So, wie sieht das mit CQP aus? CQP ist Teil der sogenannten Corpus Workbench oder CWB und ist ein Unix-Programm. Das heißt, wir haben keine grafischen Oberfläche und steuern das Programm in einer sogenannten Kommandozeilenumgebung. Das hat viele Vorteile. Man kann wahnsinnig große Corpora mit sehr komplexen Metainformationen durchsuchen und CWB und CQP sind aber wie alle Datenbanksysteme eigentlich sehr schnell und sehr flexibel. Was meinen wir mit schnell? Wenn ich mit Brown Corpus den Definitartikel THE suche, dann braucht NCONC dafür ungefähr 43 Sekunden, CQP aber weniger als 0,2 Sekunden. Der Nachteil vielleicht, naja, wir müssen uns mit der Umgebung vertraut machen, in der wir keine Maus zum Klicken haben und das ist am Anfang ziemlich ungewohnt, macht die Arbeit aber auch viel flexibler, weshalb ich hier Nachteil mit einem Fragezeichen versehen habe, weil es eigentlich kein wirklicher Nachteil ist. Und tatsächlicher Nachteil ist allerdings, dass man Corpus-Dateien nicht einfach aus einem Ordner heraus in CQP laden kann. Das heißt, die Corpus-Daten müssen teilweise sehr zeitaufwendig aufbereitet und umgewandelt werden, damit sie mit CQP durchsuchbar sind. Das ist aber meine Aufgabe und Sie können sich dabei zurücklehnen und sich immer wieder über neue Corpora in unserer Umgebung freuen. Und wie die Daten aussehen, auf die CQP zugreift und wie Ihnen das hilft, das System allgemein zu verstehen, das sehen wir im nächsten Clip.